Ladies and Gentlemen, ich bin Professor Philip Goodman. Ich möchte Ihnen heute drei übernatürliche Vorfälle vorstellen, die zutiefst beunruhigend zu sein scheinen. Hallo? Ist da jemand? Das Mädchen. Der Vorfall mit dem Kind. Die Lichter sind an, aber niemand ist zu Hause. Du stehst noch vor der Tür. Sie sind wohl nicht gläubig, oder? Oh, no. Der Verstand sieht, was er sehen will. Warten Sie, das gefällt mir alles nicht. Sie wissen nicht alles, oder? Sie sind wohl nicht glücklich. Sie ist wohl nicht glücklich. Das gefällt mir alles. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020